So. Willkommen bei der ersten Testaufnahme. Ich hoffe mal, ja, man hört jetzt wahrscheinlich den Lüfter des Rechners, der auch halt. Dann machen wir das gleich wieder weg. Äh, zuallererst werden wir hier als erstes mal am Deutschland-Rekkelmannen. So ist das jetzt in Ordnung. Okay. Meine Kopfscher hat mich noch verspüren. Und dann wollen wir mal, juhu, juhu. Ach ja, da war ich was. Äh, ja, also das ist egal. Zum Testen reicht es erstmal aus. Danke schön. Und gut. Okay. Und einmal Feuerwerk. Ich hab ein bisschen gewinnt, ich bin Arzt. Ich darf das. Okay, okay, also deutlich sprechen schon, muss ich mich erstmal gewöhnen. Ich hab generell die Antwort, um das ein bisschen undeutlich zu gewesen. Und von daher hoffe ich, dass man dann natürlich ein Mikrofon neben meinem Rechner auch ein bisschen meine Stimme versteht. So. Bam, bam, bam. Aller weg. Ja, aufnehmen sollte ich ein Schiff, wenn man es vielleicht schon nach einer Pausenik gesehen hat, ist zu dem nächsten Weg, äh, das geht auch, muss ich alles exzessiv starten, demnächst weiß ich es nicht, äh, ja, was vollkommen gar nicht. Ach, egal wie gesagt, ist ja erstmal nur Testbahn, gucken ob die alle funktionieren, ein bisschen Boni, einfach so, sagteschön, so, hab ich die nicht aufgenommen, ach ne, war ja, das Testbahn gerade eben davor, was mir die lieben halt sehen werde. So, dann gucken wir einfach mal, ja, also da verwartet euch, man sehe hier die 2015, äh, in all seinen Facetten, whatever, mit Project Potential natürlich. Äh, Quatsch, was kenne ich denn da, äh, mit Extermination Day. Heißt also, im Klartext, sofort die Ecke finden wollt, das war das hier. Ah, das sieht auch mal jetzt nicht modern aus. Aber dazu gibt's dann bei dem eigentlichen Let's Play, das ist erstmal nur ein Testvideo, ich hoffe, dass es heute stimmt, und muss ich die ganze Zeit im Video auch nehmen. Jo, vor allem hoffe ich, dass der Fresh Night wohl nicht ganz so, äh, ins Gesicht fällt, ins Ohr fällt, ins Gesicht fällt, whatever. So, YouTube, ah, gut okay?